willkommen in der noppenkletzelscheune mein name ist blogs da und freunde wisst ihr was hier fehlt auf diesem kanal das vielleicht berühmteste flugzeug des zweiten weltkriegs oder ihr habt doch schon schön im intro gesehen und deswegen muss ich es auch klemmen ich habe es mir gebraucht gekauft es ist ein set aus 2017 was vermeintlich coole metallik steine hat und da konnte ich als kobe sammler nicht drumherum deswegen ein weiterer teil aus meiner imaginärien kobe classic serie wir sprechen heute über die 5536 die north american p51 d mustang freunde dann lassen wir dieses pferd jetzt mal von der koppel kommt mit mir auf den bautisch dann schauen wir uns dieses set genauer an ja freunde da liegen unsere 265 steinchen aus dem jahre 2017 auf den bautisch die historische collection der north american p 51 d die 5536 world war two ist klar unsere pt von der second ho unsere mustern ganz cool hier diese comic figur mit dem blitzenden maschinengewehr in der hand und ich bin echt gespannt auf diese metallic steine von kubi schauen wir uns die rückseite an da sehen wir hier dass wir das querruder bewegen können wir sehen dass wir die figur eine richtige figur hier in das cockpit packen können und wir können das fahrwerk ausklappen sowie original bilder und fakten wir von mir alle gleich bekommt sowie infos hier um den piloten von der 487 fighter gruppe ich bin gespannt gespannt bin ich aber auch was ich hier in dem karton verbirgt ihr seht hier es ist mit dieser band zugeklappt ich würde sagen wir machen einen kleinen zaubertrick und dann schauen wir was sich in diesem karton verbirgt ja freunde und da ist dieser zaubertrick wirklich mal ein zaubertrick denn ich habe dieses set für ein 10er gebrauch gekauft bei ebay kleinanzeigen aber ich merke schon ich komme den karton wieder der karton war zwar einmal geöffnet die steine sind aber alle noch in den tüten das finde ich ziemlich cool ach nein kommt mal hier hat jemand die tüten mit teser band wieder zugeklebt krass habe ich auch noch nie gesehen naja man muss der glück haben bei ebay kleinanzeigen beziehungsweise jetzt heißt nur noch kleinanzeigen jetzt sehen wir die tüten 1 2 3 4 5 6 7 8 und ein 4 blätteriges propellerblatt halt 9 hier haben wir es 9 tüten und freunde ich zelebriere ja immer so ein bisschen dieses unboxing aber hier muss ich echt sagen chapeau man kann bei kleinanzeigen auch glück haben richtig nice dass der herr hier alles wieder zugeklebt hat und ich euch so wirklich mal zeigen kann was ich wirklich im karton verbirgen hat bitte weiter so also ich habe bock jetzt schon wieder gleich das nächste set zu jagen auf ebay kleinanzeigen finde ich klasse ja dann haben wir hier die anleitung klammer gebunden hand groß ab sechs jahren und wir sehen das flugzeug und den piloten wir haben wie wir sehen keine große bauabschnitt gruppierungstüte a und wir haben hier aufkleber die frage stand er noch im raum werde ich natürlich anbringen wir fangen an mit dem bau step 1 also ich reise alle tüten auf und klemmen dann los der erste schritt ist farblich und dann ist der erste beim zweiten schon wieder ausgegraut also alles was wir gebaut hatten war dann immer etwas farblos beziehungsweise das aktuelle was wir bauen ist farbig feilerweise uns den weg und in diesen kästchen sehen wir was wir wie wohin klemmen bzw welche steine und hier haben wir kleine legenden als anlagehilfe hier eine einmal zweier flat teil also eine fliese fertig sind wir dann mit dem bauschritt 58 wenn wir unsere mustang auf den stand aufklemmen der stand der wird bedruckt seien wird hier auch dabei sein und auf der rückseite haben wir dann hier natürlich dann klebehinweise wie wir das flugzeug halt fertig bekleben und etwas werbung und so werbung von alten kubi sets da gibt mir immer das herz auf das finde ich cool ja ich glaube auch dass wir hier sogar teil druck und teil aufkleber haben denn hier sieht das so gerissen geschnitten aus denn auf den tragflächen hier wahrscheinlich werden dann die kleber drauf sein ich bin gespannt freunde ich würde sagen ich spekuliere nicht ich baue jetzt euch wünsche ich auf jeden fall viel spaß bei den fakten rund um die north american p 51 und mir wünsche ich viel spaß beim klemmen bietbildzeit ist faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische vorbild dieses kobe setzt aus 2017 der 5536 wir sprechen über die north american p 51 d mustang die north american p 51 d mustang ist zweifellos eines der legendärsten jagdflugzeuge des zweiten weltkriegs und ein meisterwerk der luftfahrt technik lasst mich euch mitnehmen in die faszination dieses wild pferdes die p 51 d mustang wurde erstmals 1940 von dem konstrukteur edgar schmüt oder smooth es ist ein deutscher name im englischen immer schwierig liebe freunde für die royal air force die raff großbritanniens entwickelt sie war als begleitjäger für alliierten bomber konzipiert und sollte die probleme lösen die bei den bisherigen begleitjägern auftraten die p 51 d mustang war mit einen rolls-royce merlin motor ausgestattet und erreichte eine beeindruckende höchstgeschwindigkeit von etwa 703 kmh was 437 miles per hour sind in und das ist wichtig großer höhe dies verlieh ihr die fähigkeit die deutschen jahrfahrzeuge effektiv zu bekämpfen und die bomber der alliierten auf ihren einsätzen zu schützen eine der bemerkenswerdesten eigenschaften der mustang war ihre außergewöhnliche reichweite mit externen treibstoff tanks wie ich sie bei diesem set hier auch baue konnte sie über 3200 kilometer circa 2000 meilen zurücklegen was es den alliierten ermöglichte luftangriffe tief im feindes land durchzuführen die p 51 d war mit 6 12,7 mm m2 browning maschinengewehren ausgestattet die in den flügeln montiert waren je drei pro seite diese beeindruckende feuerkraft half den mustang piloten dabei feindliche flugzeuge erfolgreich abzuwehren die mustang spielte eine entscheidende rolle im luftkrieg über europa sie konnte bomber eskorten tief ins deutsche reich begleiten und die deutsche luftstreitkräfte in beeindruckender weise bekämpfen die mustangs trugen dazu bei die luftüberlegenheit der alliierten zu sichern und den weg für die invasion in der normandie zu ebnen dieses flugzeug hat ja auch die bekannten schwarz-weißen normandie streifen insgesamt wurden mehr als 15.000 p 51 mustangs gebaut diese beeindruckende produktionszahl zeigt wie wichtig dieses flugzeug für den ausgang des zweiten weltkrieges war nach dem krieg blieb die mustang weiterhin im einsatz auch in der koreakriegs ära sie wurde schließlich durch moderne jetflugzeuge später ersetzt besieht aber ihren legendären status bis heute bei die p 51 mustang ist auch für ihre erfolgreiche teilnahme an luftrennen bekannt modifizierte versionen des flugzeugs der red tail und der miss america haben zahlreiche rennen gewonnen und beeindruckende geschwindigkeitsrekorde aufgestellt heute existieren noch viele restaurierte p 51 dem mustangs in museen und privatsammlungen weltweit genau wie das flugzeug aus dem intro diese flugzeuge dienen als lebendige erinnerung an eine zeit in der die luftfahrt technik bahnbrechend war die p 51 d mustang hat einen festen platz in der geschichte der luftfahrt und wird von enthusiasten und sammlern auf der ganzen welt verehrt ihr elegantes design und ihre beeindruckende leistung machen sie zu einem zeitlosen symbol der luftfahrt geschichte und auch der coole sound des merlin motors spult einfach noch mal zum intro zurück da hört er ihn insgesamt ist die north american p 51 d mustang ein beeindruckendes flugzeug mit einer reichen geschichte und zahlreichen beeindruckenden merkmalen ihre leistungsfähigkeit die reichweite und ihre bewaffnung machten sie zu einem entscheidenden element im zweiten weltkrieg und zu einem unvergesslichen symbol der luftfahrt geschichte alleine dass dieses flugzeug für die raff konzipiert wurde und dann unter der us army air force zu einem erschreckenden jäger wurde ist schon ein kuriosum und ein interessanter fakt dieser geschichte ja freunde das waren die fakten grob zur mustang denn es gibt von kobe ja noch mehr wild pferde dieser art deswegen müssen wir uns das ein bisschen einteilen jetzt euch aber viel spaß beim klemberstein review des kobe sets 5536 aus 2017 der north american p 51 d mustang ja freunde da wackelt sie noch so friedlich unsere p 51 d mustang von north american bzw hier von kobe das set 5536 mit 265 steinchen und eine minifigur aus 2017 bzw 2019 wir haben ja immer solche versions sprünge bei kobe schaut gerne mal bei kobe pedia vorbei da habe ich auch ein bisschen mit gewerkelt da findet man dann immer diese versionen kann man auch oft gut am karton erkennen denn kobe hat oft nummern vergeben aber die sets dann trotzdem unterhalb der nummer noch mal verändert freunde ich habe euch ja gesagt hier bei diesen sets gibt es aufkleber oder diesem set gibt es aufkleber aber halt auch drucke wir haben hier so einen mischmasch wir haben hier einen hybriden natürlich unser typen schild aber die heckflosse sage ich jetzt mal das seitenleitwerk ist komplett bedruckt und auch das höhenruder die flügel hinten sind auch bedruckt und die minifigur ja sowieso kann euch sagen ich benutze immer um die aufkleber aufzubringen gerade bei so älteren sets immer so ein bisschen desinfektions alkohol natürlich ohne zusätze die ich dann mit ohrstäbchen also ohrsaubermachstäbchen so auftrage und mit der anderen seite dann wieder trocken wische und dann klebe ich die aufkleber drauf somit habe ich eigentlich immer einen guten eindruck und aufdruck und eine gute erfahrung von langlebigkeit der aufkleber was ich zum set sagen kann bis jetzt ein paar steine sind über finde ich cool gerade so sie klemmt das macht kobe ja öfter weil die auch leicht mal brechen und wir haben sogar einen aufkleber über denn diese comic figur ist hier da hat dieser aufkleber über ist hier nur auf einer seite angebracht ihr seht es hier nur auf der einen seite auf der anderen seite gibt es diese comic figur nicht also haben wir sogar einen reserveaufkleber das finde ich cool auch wenn ich natürlich wie viele von euch da draußen kein fan von aufklebern bin wovon ich aber fan bin ist wirklich diese art von metallic steinen ich habe von einem zuschauer von euch unten in den kommentaren mal erklärt bekommen warum solche metallic steine oft bei den an bestimmten stellen die sowie ja abgüsse aussehen so schlieren hat das ist wohl produktionsbedingt ich muss sagen dieses metallic hier dieses grau dieses glänzende grau gefällt mir besser als zum beispiel das von mehr constructs mit den schlieren oder diese druckten lackierten begasten steine wie zum beispiel sie bei sembo gibt oder es y deswegen bin ich hier wirklich völlig d'accord mit diesen metallic steinen was ich meine mit diesen schlüren zeige ich euch jetzt gleich mal während wir aber erstmal uns das aufsparen und noch den stand angucken der alte kobe flugzeug stand den finde ich cool vor allen dingen weil er im gegensatz zu den neuen nicht mit nicht so ganz so wackelig ist weil wir hier unten immer eine einmal zweier plate haben wo wir den stand so drauf noppen und diese linie hier diese dieser stab der kann sich nämlich hier durch die noppen gar nicht weg bewegen und somit haben wir eigentlich immer einen stabilen stand das gefällt mir und da sehen wir north american p 51 d mustang mit den hoheitsabzeichen der vereinigten staaten von amerika aus dem zweiten weltkrieg ja mir gefällt dieser stand eigentlich fast besser ich weiß man sieht hier noppen aber irgendwie finde ich das gehört dazu ich bin fan davon wenn man bei sets auch mal noppen sieht von kobe es muss nicht immer alles ganz glatt sein sehen wir ja auch bei dem vogel hier welches man so sagen darf wir haben hier im cockpit ja auch sogar zwei mal sechs noppen zu sehen ja freunde aufkleber haben wir hier auf den tragflächen das hier ist gebaut da dachte ich ja fettigerweise es sind drucke hier hinten an den wedges haben wir geklebt wir haben hier das pt second geklebt hier diese comic figur mit dem blitzenden maschinengewehr wir haben hier den stern geklebt und auf der rückseite dann auf der anderen seite das gleiche hier auch den stern und da auch das pt das ho hier ist übrigens auch bedruckt schaut euch mal an und da seht ihr diese schlieren was ich meine das sind immer die punkte wo irgendwie die maschine glaube ich abgesetzt hat und daher kommen diese schlieren finde ich aber bei so einem flugzeug hat es was realistisches denn wahrscheinlich ist der mechaniker auch mal drauf geladen oder dreck oder normale spannung war ja nicht alles hundertprozentig glatt beziehungsweise vielleicht auch schmutz oder treffer die gepflegt wurden ich muss sagen dieses silberblau mit diesen schwarzen streifen der normandie landung gefallen mir hier richtig gut bei diesem flugzeug infos zu den piloten beziehungsweise der staffel bekommt ihr nachher natürlich bei den detailbildern schauen wir mal von vorne wir haben hier unser vier blätteriges kleber wurde ich gerade sagen unseren vier blatt propeller dreht sich super wir haben hier die typischen abgas steine von kobe wie an einer notte hängen in einem in einer jumper plate wir haben die typischen slopes hierbei kobe mit also diese fünf was lobe so wenn der mitte jeweils zwei noppen frei haben die wieder dazu gemacht haben in einer einmal achter flat teil wir haben hier diese sechs maschinengewehre mit diesem spitzen steinchen von kobe dafür und wir haben diese zusatz tanks die ja auf so rohr panzerrohr elementen sitzen bisschen blöd ist dass wir diese kuppel nicht ganz zu kriegen schön ist von unten wie gesagt hier dieses metallik das fällt auch gar nicht so auffällig dass wir jetzt hier alles offen genobbt haben da es durchgehend metallik ist und das metallik frisst so ein bisschen finde ich die tubes von unten oder was meint ihr schreibt mir gerne in die kommentare fahrwerk auch ikonisch von der oder bei der mustang die können sie einklappen ganz einfach indem wir hier drücken an der wedge so buff dann klappen wir es ein dann sieht es auch fast original aus auch wenn wir natürlich anhand der bauweise erkennen dass dieses set älter ist was ich cool finde ist wir haben hier einen bedruckten stein und das ist dann der lufteinlass oder ja doch der lufteinlass für den motor für die kühlung das gefällt mir richtig gut besser als bei moderneren flugzeugen von kobe wo es war auch so lufteinlässe gibt aber dem hat man dann nicht bedruckt zum beispiel bei der k 61 jen da fand ich ja nicht so gut hier finde ich sagen bei einem viel älteren z irgendwie besser gelöst wenn man einfach einen stein bedruckt hat und davor hier dieser stein mit den drei löchern ist der stein mit der aufnahme für den stand hinten das heck roll laufwerk die heck rolle denn ich sie mal einfach das typische ja was diese flugzeuge fast alle zweitmögliche hatten hatten ja kein sporenfahrwerk wie vorne wie die m260 zum beispiel oder die ara cobra das sieht cool aus auch diese form halt auch wenn es brick bild ist natürlich haben wir trotzdem hier schön durch die slopes eine knick drin auch hier schön gemacht gebaut nämlich hier unsere normandy streifen also wirklich kein cooler vogel der gefällt mir richtig gut kommt gut daher und das ist einer der wenigen flugzeuge von kobe glaube ich dies sogar mit eingeklappten fahrwerk obwohl es cool aussieht das fahrwerk auf den stand packen würde weil es einfach so schön dynamisch daher kommt wichtig ist aber noch bei daherkommen natürlich der pilot das cockpit das kennen wir bei kobe immer brauner stuhl steuerknüppel und hier dieses ja ich finde man das sieht aus wie hinten der zopf eines sumus ringers dieses teil was die zieloptik sein soll kompass wie auch immer das haben wir bei vielen kobe flugzeugen von damals bis heute durchgehend also ohne fahrwerk oder mit eingefahrenen fahrwerk sieht das ding einfach super dynamisch aus aber es ist nun mal auch die ikonische mustang die ich schon finde ich mit verlaub geile form hat und da ich euch noch keine vorgestellt hatte wollte ich euch erst so eine silberne mit der blasenkuppel vorstellen es gibt ja auch noch eine mit der alten anordnung so wie es die piloten bei der raft zuerst geflogen haben und dann gibt es ja auch noch die von maverick beziehungsweise von top kann also wir werden hier noch die ein oder andere mustang auf meinem kanal sehen deswegen sitzen wir auch nach wenn vielleicht die infos zum mustang vorhin etwas oberflächlich waren oberflächlich schauen wir uns erstmal den piloten an hier unser mustang eine schwimmweste und natürlich ein ja guckt der böse grinst er ich weiß es gar nicht ich finde immer diese gesichter von kobe gerade die alten sehen so aus als wäre da jemand von 200 auf null auf die bremse getreten und das gesicht spiegelt dann die fliehkräfte wieder da haben wir auch irgendwie ein k das ist der verschluss des fallschirms den wir leider hinten nicht bedruckt haben sondern nur vorne also schwimmweste und fallschirm trotzdem sieht der pilot ganz cool aus mit dieser bedruckten haube wie immer liebe freunde bekommt ihr natürlich jetzt gleich detail fotos dieser tollen maschine ein schätzchen dass ich bei ebay kleinanzeigen geschossen habe ich habe gerade gehört ich muss echt dem verkäufer noch mal respekt sollen es war sehr günstig und dass er alle steine wieder in die tüten reingeklebt hatte bombe für mich perfekt so konnte ich es euch gut zeigen ja und aber zeigen jetzt erinnere ich euch noch mal jetzt kommen die teil fotos und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde während ich hier ein paar detailbilder bekommt vom kobe set 5536 um euch selber noch mal einen eindruck unabhängig von meinem geschwafel eben gerade zu bilden möchte mit euch noch über das 487 fighter squad und sprechen dass der 352 fighter group unterstellt war dieses flugzeug hier war ja in england im oktober 1944 im einsatz denn dieses fighter squadron das 487 wurde 1942 gegründet in amerika in new jersey und flog zuerst mit p 47 thunderbolts einsätze in europa als schweres bomber bzw bomber jäger begleitgeschwader im juli 1944 wundern die sonderbolts durch die p 51 d wie die sich hier ersetzt und für taktische jagdbomber einsätze dann später sogar nach belgien verlegt um an der ardennenoffensive bzw gegen die deutschen truppen in der ardenoffensive zu kämpfen es ging dann später zurück nach england wo sie wieder lang strecken unterstützungsflüge für bomber flog als eskorte im sommer 1945 wurde dann die staffel in england aufgelöst bzw demobilisiert also die flugzeuge ging zurück nach amerika richtig aufgelöst also auch auf dem papier gestrichen wurde die einheit dann im november 1945 ja freunde das war noch mal ein paar fakten rund um die jagdeinheit wo dieses flugzeug hier her kommt ich finde es immer ganz wichtig aus dem als kobi ja auf dem karton gedruckt und ich finde es auch selber sehr sehr spannend lustig finde ich halt dieses kleine männchen in pink mit einer reitgärte in der hand und einem maschinengewehr mit dem blitz und dem blauen kreis im hintergrund immer wieder cool und faszinierend was die piloten damals auf ihre maschinen drauf gepinselt haben beziehungsweise hier war es ja auch das emblem der einheit ja schreibt mir eure meinung zum set gerne unten in die kommentare schaut auch gerne unten in der video beschreibung vorbei da findet ihr alles zum set also größe originalpreis wo es vielleicht noch finden könnt und 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 natürlich auch einen link zu kubipedia wo ihr infos findet an denen ich ja auch mitgearbeitet habe das bis hierhin und jetzt freunde schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen ein kleines video zu einem nicht minder kleinen set denn ich finde es hat richtig spaß gemacht zu bauen und kommen richtig schmuck daher wie immer natürlich freunde ist es ganz wichtig dass er mir hier am ende eure meinung zu diesem set und vor allem auch zu meinem video unten in die kommentare klöppelt wie eine mustang 45 auf einer landstraße einen konvoi beklöppelt hat ihr wisst was ich meine anders kann ich es nicht ausdrücken sonst gibt es ärger von youtube ich mag diese classic themen denn man sieht was so ein set mal kostet hat ich glaube um die 20 euro und ihr könnt euch ja denken was so ein set in ovp heute kostet trotzdem glaube ich lohnt es sich deswegen wollte ich euch zeigen ich habe jetzt hier im hintergrund mal meine ganzen sets die ich so näher zukunft bauen möchte meine regale gestellt denn ich bin kein ovp sammler ich möchte die sets bauen hier auf dem kanal ihr wisst ich bin großer kubi freund und sammler und wenn ihr da ein set wo ihr meint hey blog sie stellt das vor schreibt das bitte unten in die kommentare und natürlich gerne like das video und vielleicht schreibt ihr auch noch rein welcher like ihr seid ich weiß viele hausaufgaben aber hausaufgaben die spaß machen also in diesem sinne freunde bei so einem set wie immer guten flug auf wieder bauen euer freund der blockster